Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute koche ich einmal. Und zwar ein fix fertiges Menü. Dazu brauche ich feines Gemüse, gutes Fleisch, Pilz und verschiedene Gewürze. Das alles hat es zum Beispiel in den neuen Fertigmenü, die Sie jetzt bei GOP bekommen. Die Midi Le Menü sind feine, ausgewogene und servierfertige Gerichte für alle, die gerne gut essen. Sie enthalten relativ wenig Kalorien und der Fett- und Salzgehalt ist reduziert. Auch die Verpackung ist etwas Besonderes. Das Fleisch und die Beilagen sind trennt, damit alles den eigenen Geschmack abhalten kann. Die neuen Midi Le Menü sind ungekühl mehrere Monate haltbar und darum ideal auch als Vorrat. Wenn ich also für mich oder auch wenn ich Gäste habe, ein fix fertiges Menü will machen, nehme ich diese Schale, tue sie 20 Minuten im Wasserbad oder 4 Minuten im Mikrowellenherd erwärmen, aufschneiden, servieren und geniessen. Und jetzt überlasse ich die Küche wieder meiner Kollegin für das GOP-Rezept dieser Woche. Erdeckte Apfelweihe könnte man dem Dessert sagen, das in den englisch sprechenden Ländern so beliebt ist. Den Teig habe ich schon vorbereitet und stiche mit einer Gabel gut den Boden ein. Dann kommt die Füllung aus gescheibleten Nöpfeln drauf. Ich habe die mit Zitronensaft beträufelt und ein bisschen Zimmet, Zucker und Muskelnuss darüber gestreut. Am besten nehmen sie ein bisschen säuerliche Nöpfel, zum Beispiel den Grafensteiner. Und dann sollte man in der Mitte die Füllung höher aufschichten als am Rand. So, und jetzt kommt schon der Deckel drauf. Auch das habe ich schon vorbereitet. Ich habe den Rand mit Wasser eingestrichen und dann den Deckel gut angedrückt. Mit flüssigem Anken eingestrichen und für einen Dampfabzug zwei Schnittchen gemacht. Und jetzt ab damit in den vorgeheizten Ofen. Den Apple Pie serviert man lauwarm zusammen mit einer Vanillecreme. Oder, wenn Sie Lust haben, mit Glace. Ich wünsche viel Erfolg. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop eine Dose an 1 kg Ofenmaltine statt 10,95 nur 9,90. Ein Liter Torina Sonnenblumenöl statt 4,95 nur 3,95. Zwo Schachtel Gerber Gala statt 3,60 nur 2,80. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Beutel Coop Traiteur Ravioli statt 3,20 nur 2,50. Ausländische Tomaten per Kilo nur 1,60. Auf Wiedersehen.